Ja, hallo zusammen. Eine neue Woche, ein neues Building on a Budget. Ich habe euch ein Deck mitgebracht, mein Favorite-Deck mit den Dominaria-Karten und zwar das Zaproling-Tribe-Deck. Ist schon fast wirklich ein Combo-Deck geworden, super nice. Wir haben das Deck beim letzten Patreon-Stammtisch gebaut. Also meine Patrons zusammen mit mir haben uns mal Gedanken gemacht, das Deck ist richtig, richtig nice. Haben das an ein altes Proto-Deck so ein bisschen angelehnt. Damals war das ein Elfen-Combo-Deck, jetzt hier so mit den Zaprolingen. Man sieht ein paar Parallelen, mir gefällt das Deck wirklich richtig, richtig gut. Und wie gesagt, ich wollte das auch mal bei Magic Arena zocken, aber da brauche ich eben noch ein bisschen, bis ich die Karten finde. Deswegen haben wir jetzt hier heute wirklich das Zaproling-Deck. Bin super gespannt, was ihr sagt. Man kann das Deck auch auf mehrere Art und Weisen spielen, aber ich stelle euch jetzt mal wirklich eine der Versionen vor. Bin gespannt, was ihr sagt. Lasst ordentlich Feedback da und in diesem Sinne, viel Spaß mit diesem Video. So, hier seht ihr die Deckliste jetzt auch mal eingeblendet. Das ist alles ein bisschen durcheinander, aber ich wollte euch die Karten gleich nach Mana kosten und so nach Sinn erklären. Deswegen haben wir quasi 38 andere Karten, weil unsere Kreaturen eben ganz oft auf Nicht-Kreaturen-Karten sind. Sind halt alles Token-Karten bei den Zaprolingen. Sieht auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen verwirrend aus, aber gleich wird sich das alles aufklären. Noch ein paar Worte vorweg zu dem Deck. Wie gesagt, alles standardlegal und wir haben auch extra drauf geachtet. Falls man das Deck mal auf einem FNM zocken will, ist halt super preiswert. Das ist das erste, obwohl wir uns tatsächlich nicht zurückgehalten haben bei der Mana-Base. Rede ich aber gleich dann nochmal drüber. Aber man kann das Deck definitiv auf dem FNM zocken und man kann es bei Magic Arena zocken. Das war das eine. Also das Deck ist ohne die Kaladesh-Karten und dadurch auch standardrotationssicher. Also man könnte das Deck jetzt bauen und auch noch nach der Rotation spielen. Ist auf jeden Fall ein nettes Deck, jetzt nicht über hohes Power-Level. Und man kann, wie gesagt, natürlich auch noch ein paar andere Karten benutzen. Zum Beispiel Lifecraft, das Bestiary wäre ganz gut. Das ist dann aber wieder aus dem Kaladesh-Block. Darauf wollten wir, wie gesagt, verzichten. Und ja, hier, das ist auf jeden Fall die Überblick. Kurz noch vorweg zum Budget. Tatsächlich die preiswerteste Version ungefähr 10 Euro. Das ist, wenn man eben nur Standard- oder Budgetländer spielen würde. Aber weil das Budget wirklich so, so, so niedrig ist, haben wir uns eben vier Dual-Länder gegönnt. Dann wäre man bei so circa 25 Euro oder eben 30 Euro komplett, wenn man das irgendwie im Internet bestellen würde. Dann mit Port und Versand. Dann wäre man halt eben bei den 30 Euro, aber auch inklusive der guten Mana-Base. Also insgesamt definitiv ein sehr preiswertes Deck. Power-Level stimmt auf jeden Fall. Also FNMs kann man definitiv damit zocken. Rotationssicher und Magic Arena legal. Ich glaube, mehr kann man echt nicht verlangen. Insgesamt ein sehr lustiges, spaßiges, ja nahezu Kreaturen-Kombo-Deck. Ich würde sagen, ich erkläre euch jetzt mal die einzelnen Karten. Und dann seht ihr auch wirklich, was das Deck machen soll. Legen wir los. Als erstes wirklich der Kern unserer Kreaturen-Kombo quasi. Song of Realize. Super, super, super wichtige Karte. Einfach, um mit den ganzen Sapoling-Token, die wir später generieren, zusätzlich Mana zu machen. Und später natürlich dann hier auf der 3 der Massenpump-Effekt. Super gut, eine 1-1-Mark für all unsere Kreaturen. Zusätzlich Wachsamkeit, Trampelschaden und Zerstörbarkeit. Sehr nicer Effekt. Wirklich auch das volle Playset kann man immer mal gebrauchen. Man versucht wirklich im ersten Zug zum Beispiel den Lanova-Elfen rechts zu legen. Einfach, um noch mehr Mana zu machen. Im zweiten, dritten Zug versucht man Sapolinge zu machen. So viele, wie es geht. Und dann legt man den Song of Realize hinterher. Macht sich noch mehr Mana in den darauffolgenden Zügen. Und dann später wird alles hochgepumpt. Und das Ganze ist quasi so in diesem Schneeball-System. Das wird halt immer mehr, wenn man eben diese kritische Masse erreicht. Ist ein bisschen wie das Cryptolus-Ride-Stack von der Pro Tour. Darüber habe ich am Anfang geredet. Das war eben auch so ein Deck mit vielen Kreaturen. Dann versucht man eben allen seinen Kreaturen diese Mana-produzierende Fähigkeit zu geben. Und ab dann geht das Schneeball-System los. Man legt immer mehr, die Kreaturen machen immer mehr Mana. Und man legt halt immer mehr Karten einfach dann auf das Feld. Und überrennt dann den Gegner früher oder später. Ja, das sind unsere Kernkarten. Ganz wichtig, auf jeden Fall gesetzt. Und das Ganze wird dann, wie gesagt, kombiniert mit den ganzen Sapoling-Karten. Als erstes im 2-Mana-Bereich die Sapoling-Migration. 2-Mana-Hexerei oder eben mit den Kickerkosten für 6. Macht dann entweder 2 oder später 4 Sapoling-Token. Also einfach Masse aufs Feld bringen. Ist genau das, was wir wollen. Und rechts daneben der Spore-Crown-Thalit. Sehr wichtig. 2-Mana-2-2 auch direkt das volle Place. Denn er ist ein Lord für all unsere anderen Kreaturen. Er pumpt sich natürlich auch selber gegenseitig. Wenn wir davon 2 im Spiel haben, dann sind es halt 3 Dreier. Das ist aber nicht so wichtig. Wir wollen eher die große Masse ein bisschen stärker machen. 1-2 von den Lords legen. Später mit dem Song dann nochmal allen plus 1 plus 1 geben. Und dann den Gegner einfach überrennen. Alternativ haben wir im 3-Mana-Bereich dann noch Slimefoot the Stowaway. 3-Mana-2-3. Leider eine legendäre Kreatur. Er war natürlich super gut mit seinem Sapoling-Effekt. Immer wenn einer stirbt, verliert jeder Gegner ein Leben. Wir kriegen ein Leben. Das wäre natürlich super gut, wenn wir ihn zweimal im Spiel haben können. Geht leider nicht. Da stört uns das Legendary-Feature tatsächlich mal aus dieser Edition. Aber kann man leider nichts machen. Man könnte natürlich, wenn man ein reines Casual-Deck baut, auch noch sowas wie Blood Artist spielen. Finde ich, ist aber ein zu krasser Flavorbruch. Slimefoot ist auf jeden Fall auch sehr gut. Kann notfalls später noch Mana und Sapoling verwandeln. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Wir können halt einfach über die Masse gewinnen. Oder eben zusätzlich über Slimefoot. Unser Deck baut einfach eine große Menge an Kreaturen auf. Und dann haben wir mehrere Siegmöglichkeiten. Wie gesagt, das Deck schneeballt sich dann quasi irgendwann voran. Und damit das auch weiter funktioniert, rechts daneben dann noch den Javi Maya Seffert. 3-Mana-2. 2-2 bringt einen zusätzlichen Sapoling mit. Eben zusammen in Kombination mit dem Song macht er quasi 2-Mana. Allein ist er nicht die beste Kreatur. Aber eben mit diesen Mana-Effekten ist es cool, dass wir auf einer Karte direkt 2 Kreaturen haben. Und mit den Massenpump-Effekten ist das natürlich auch ganz nützlich. Im 4-Mana-Bereich haben wir dann natürlich 4-mal den Spore Swarm. Ganz wichtig, der Sapoling Instant. 4 Mana, wir kriegen 3 Sapolinge. Weiter einfach für Masse sorgen. Dann rechts daneben der Omnivore. Er ist quasi auch ein alternativer Finisher. Ist aber auch ganz gut gegen die ganzen roten Decks. Wir können uns zusätzlich auch Lebenspunkte machen. Und dann später einfach genug Kartenvorteile gegen die roten Decks generieren. Um dann einfach weiter Lebenspunkte zu machen und den Gegner dann einfach zu überrennen. Also auch eine sehr, sehr, sehr gute Karte. Falls sich auch der Gegner mal irgendwie austappt. Ist immer gefährlich gegen den Omnivore, weil er halt wirklich super viel Schaden in einem Zug machen kann. Kann man also auch definitiv zocken. Und am Ende der Kurve noch die letzte Nicht-Sapoling-Karte. Zweimal Galta. Sie passt einfach so gut in das Deck rein. Wie gesagt, falls man mal ein FNM spielen will. Wir wollen dem Deck natürlich auch ein anständiges Powerlevel geben. Und das Deck dann schon so gut bauen, wie es geht. Und Galta ist dann einfach sehr stark, wenn wir eben viele Sapoling legen, alle pumpen. Dann kann man halt mal eine Galta für Doppelgrün hinterherlegen. Ein 12-12er Trampel ist halt ganz nice. Natürlich die riesige Kreatur wird sofort von Removal getroffen, wenn der Gegner Removal hat. Wenn der Gegner keinen Removal hat, dann gewinnt sie eben sehr schnell das Spiel alleine. Kann man also definitiv auch zocken. Auf der nächsten Seite sind dann unsere Kartenvorteilskarten. Die sind auch wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Denn wir können halt super viele Kreaturen produzieren. Wir können super viel Mana machen, super viele Karten ausspielen. Aber früher oder später werden uns unsere Handkarten definitiv ausgehen. Das ist einfach so. Und da brauchen wir dann auf jeden Fall Funkelplots, habe ich hier dreimal im Deck. Das muss man halt im Verlauf nur so nachziehen. Das braucht man nicht unbedingt viermal. Zweimal Enchantment für zwei Mana können wir erstmal Kreaturen aus unserem Friedhof ins Exil schicken, um zusätzlich Sapoling-Token zu machen. Das ist ganz nett, denn unsere guten Kreaturen oder auch manchmal der Mana-Elf im ersten Zug, die werden halt einfach abgeschossen und später zusätzlich Sapoling machen. Das ist ganz nett. Aber eben der zweite Effekt, die aktivierte Fähigkeit, ist super wichtig. Wir können zwei Sapolinge opfern, kriegen dann zwei Lebenspunkte und dürfen eine Karte nachziehen. Wir haben sehr viele Karten, die eben mehr als zwei Sapolinge produzieren. Also können wir damit tatsächlich auch Kartenvorteil machen. Wenn wir eben zwei Sapolinge opfern, dann drei oder vier neue machen können, dann ist das auf jeden Fall sehr gut. In Kombination mit dem Slime-Foot machen wir dann gleichzeitig noch Schaden an dem Gegner. Selber kriegen wir natürlich noch Lebenspunkte dazu. Also ganz, ganz, ganz wichtige Karte. Und rechts daneben zweimal Nature Spiral, um dann zum Beispiel die guten Sapoling-Karten auch einfach wiederzuholen. Falls mal ein Lord kaputt geht oder einfach eine andere wichtige Karte, können wir uns eben eine Permanent-Karte wiederholen, um dann eben unser Schneeballsystem am Laufen zu halten. Also Fungalplots und Nature Spiral auf jeden Fall ganz wichtig. Dann am Ende noch so ein paar flexible Karten. Wie gesagt, je nachdem, man könnte halt auch sowas wie Lifecraft das Bestiary spielen. Je nachdem, an welches Format ihr euch halten wollt oder ob ihr auch die alten Kaladesh-Karten spielen wollt. Ich habe jetzt mit zweimal Driven Despair und I'm Overcome aufgefüllt. Die passen nämlich beide einfach sehr gut hier in das Deck. Als erstes Driven, da können wir dann auch mal angreifen. Auch notfalls, wenn wir mal ein paar Sapoling-Karten verlieren, gar nicht mal so schlimm. Vielleicht haben wir ja ein Slimefoot im Spiel. Aber so können wir eben zusätzlich nochmal super viele Karten nachziehen. Alle unsere Kreaturen kriegen die Fähigkeit, wenn sie dem Spieler Kampfschaden zufügen, dürfen wir eine Karte ziehen. Das ist super gut mit sechs, sieben Sapolingen. Dann sterben vielleicht zwei oder drei. Wir ziehen aber vier neue Karten nach. Und mit dem ganzen Mana, was wir dann produzieren können, machen wir uns einfach super viele neue Sapolingen. Und dann unten noch die Despair-Seite. Eben auch ganz nett. Den Schwarzblash haben wir ja sowieso wegen Slimefoot. Da können wir dann den Gegner quasi nochmal Handkarten diskarten lassen. Wenn wir einfach ordentlich angreifen, auch wenn wir zwei, drei, vier Sapolingen verlieren, das ist nicht so schlimm, wenn drei, vier ungeblockt durchkommen. Das ist sehr, sehr, sehr nice. Außerdem haben sie ja auch noch Menace von der Despair-Seite. Dann muss der Gegner ordentlich Handkarten abwerfen. Also das ist schon mal eine ganz nette Möglichkeit, um quasi nochmal mit dem Gegner zu interagieren. Wir haben nicht so richtige Interaktionen. Unser Deck ist eher so, wir machen super viel Kartenvorteil und lassen den Gegner dann auch notfalls direkt vier, fünf Karten abwerfen. Also wir sind nicht so wirklich genau auf bestimmte Karten eingestellt. Das ist eher roher Kartenvorteil, den wir machen. Klappt aber sehr, sehr, sehr gut. Und rechts daneben das eine Overcome. Zusätzlich Trample für unsere Kreaturen ist manchmal ganz nett. Plus zwei, plus zwei natürlich nochmal für alle. Ist ein sehr, sehr, sehr guter Bonus. Man kann halt auch einfach in den ersten zwei, drei, vier Zügen nur Sapolinge machen. Zug fünf das Overcome einfach zocken und dann den Gegner sofort überrennen. Das kommt auch immer mal wieder vor. Also diese beiden Karten, Driven Despair und Overcome, definitiv sehr gute Füllerkarten und eben auch noch in Magic Arena drinne. Passt wirklich hervorragend in das Deck rein. Kommen wir abschließend noch zur Mana Base, bevor wir dann gleich zur Deckbewertung kommen. 15 Standardländer Wald, drei Standardlands Sumpf. Ist jetzt nicht wirklich überragend, muss ich glaube ich nichts zu sagen. Und dann aber sehr interessant, viermal Woodland Cemetery, das Dualland aus Dominaria. Sehr, sehr, sehr nice. Würde natürlich hier super gut passen. Ist nicht super relevant, weil wir mit dem Song sowieso Mana einer beliebigen Farbe produzieren können. Und wir brauchen wirklich nicht so oft schwarzes Mana. Wenn man halt auf Nummer sicher gehen will, vielleicht auf einem FNM oder einem kleinen Turnier zocken will, dann kann man sich wirklich noch die Woodland Cemeteries gönnen. So Dualländer kann man halt immer mal gebrauchen. Aber wenn ihr sie nicht spielen wollt, das Deck wirklich nur fürs Casual benutzen wollt, dann lasst einfach die Länder weg. Das Deck funktioniert auch so wirklich hervorragend. Spielt notfalls zwei getappte Dualls und dann noch irgendwie ein, zwei Sümpfe mehr, dann funktioniert das auch auf jeden Fall. Und man kann sich eben über 10 Euro aktuell damit sparen. Es geht also wirklich auch, je nachdem, was ihr mit dem Deck vorhabt. Dementsprechend könnt ihr die Mana Base dann gestalten, wie es euch am besten passt. Ja, kommen wir abschließend noch zur Deckbewertung. Das war jetzt auf jeden Fall hier das Main Deck. Ich finde das Deck wirklich super, super nice. Und jetzt die Deckbewertung natürlich im Abschluss, wie bei jedem Budget Deck. Und ich habe hier wirklich was geupdatet. Ich habe mir folgende Sachen überlegt. Und zwar bei den Budget Decks habe ich manchmal das Gefühl, da kann ich nicht alles sagen oder eben auch nicht alles bewerten. Deswegen habe ich hier die Deckbewertung jetzt nochmal um zwei Punkte erweitert. Bin super gespannt, was ihr sagt. Und im Gegenzug habe ich nämlich immer das Gefühl, während der Deckchecks, also den Competitive Deckchecks für das Standard- und Modern-Format, da ist die Deckbewertung einfach gar nicht so wichtig, da wir da eben noch immer über das aktuelle Sideboard reden. Da kann ich euch einfach super viel Input geben. Und die Videos sind eh so ein bisschen für die fortgeschrittenen Spieler. Ich denke, die Deckbewertung ist da nämlich gar nicht so wichtig. Dann nehmen wir dann lieber die zusätzliche Zeit, um wirklich über das Sideboard und an das Deck und über Strategien quasi zu reden. Und umgedreht in Building on a Budget, wo wir ja kein Sideboard haben, weil es in der Regel halt auch nur Casual-Decks sind. Da haben wir dann die extra lange Deckbewertung, um das Deck wirklich im Detail beschreiben zu können. Ich fand die Idee ganz cool. Lasst auf jeden Fall mal Feedback da. Und jetzt wollen wir uns erstmal die neue Deckbewertung auch wirklich anschauen. Über das Budget haben wir ja schon am Anfang geredet. Wir starten wie immer noch im Bereich Kreaturen und Kreaturengröße. Den Punkt habe ich auf jeden Fall gelassen. Und da hat unser Sapolin-Kombo-Deck wirklich vier von fünf Sterne. Kreaturen halten das Deck wirklich am Laufen. Wir haben am Ende auch relativ große Kreaturen. Und natürlich so für das Format, wenn wir jetzt das Standardformat betrachten, nicht die größten Kreaturen, abgesehen von der Guide. Aber es sind wirklich sehr, sehr, sehr viele Kreaturen. Deswegen vier von fünf Sternen. Also nicht so große Kreaturen, aber definitiv überdurchschnittlich viele Kreaturen. Die Masse macht es halt bei den Sapolin. Also vier von fünf Sternen fand ich da schon angebracht. Im nächsten Punkt im Bereich Synergie haben wir auch volle Bewertung. Fünf von fünf Sternen. Also hier greift wirklich alles ineinander. Wir haben wirklich dieses Schneeball-System. Es ist kein klassisches Combo-Deck, wo man Karten kombiniert und dann sofort gewonnen hat, sondern die Karten synergieren sehr stark miteinander. Alle Karten sind aufeinander abgestimmt, helfen sich gegenseitig. Also sehr stark synergierendes Deck wirklich. Fünf von fünf Sternen. Und gerade kurz angesprochen Kombo. Wir haben hier einen neuen Punkt. Kombo oder Kombo-Potenzial. Hat dieses Deck, wie gesagt, vier von fünf Sternen. Man hat eben nicht diese super Sofort-Gewinn-Kombo. Wenn man die richtigen Karten kombiniert, hat man eben sofort das Spiel gewonnen. Aber hier das Oppoling-Deck, definitiv sehr hohes Kombo-Potenzial. Das ist immer das, was ich mit dem Schneeball-System eben beschreiben wollte. Die Karten bauen aufeinander auf. Starke Synergie und dadurch baut man sich immer weiter auf. Und jeder Zug ist immer noch ein bisschen krasser als der Zug davor. Man zieht viele Karten nach, macht noch mehr Mana und macht dann noch mehr Kreaturen. Also unser neuer Punkt. Kombo-Potenzial hier definitiv vier von fünf. Dann ein altbekannter Punkt. Flexibilität. Und hier hat unser Deck einen von fünf Sternen. Ja, das ist nicht wirklich unsere Stärke. Wir können nicht individuell mit einzelnen Karten beim Gegner irgendwie interagieren, wenn man das Deck auf Turnier-Niveau dann spielen wollen würde. Zum Beispiel auf einem FNM. Da müsste man dann natürlich noch wichtige Sideboard-Karten spielen. Ein bisschen Hand-Disruption, um dem Gegner mal in die Hand zu schauen. Ein bisschen Interaktion. Aber hier wirklich unser Haupt-Deck ganz unflexibel. Das ist aber ganz typisch. Für solche Kombo-Decks muss man eben nicht flexibel sein. Wir wollen super viel Kartenvorteil machen und den Gegner dann einfach mit Masse überrennen. Wir wollen einfach nicht flexibel sein. Dann als nächstes auf dem Programm steht der Punkt Tempo. Hier sind wir so im Mittelfeld. Drei von fünf Punkten. Wir können natürlich schon einen sehr schnellen, explosiven Start hinlegen mit Mana-Elfen und dann uns einfach immer weiter aufbauen. Kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, gegen was für ein gegnerisches Deck wir natürlich spielen. Manchmal wollen wir einfach super schnell sein. Und manchmal wollen wir einfach ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel aufs Feld legen, falls wir gegen Mass-Removal spielen. Oder Settle the Wreckage, dass wir mal nicht mit allen Karten angreifen. Da muss man dann mal ein bisschen vom Gas geben, ein bisschen langsamer spielen. Aber insgesamt unser Deck, weil es sich eben so ein bisschen aufbauen muss, ich sage eben nur Schneeball-Effekt, dauert manchmal noch ein paar Runden mehr, aber es dauert nicht wirklich lange. Es ist schon sehr explosiv, aber ich würde das Deck hier so im Mittelfeld bei drei von fünf Sternen anordnen. Der letzte Punkt ist auch wieder ein neuer Punkt und zwar Control bzw. Control-Potenzial. Finde ich, ist so ein bisschen eine Kreuzung zwischen Flexibilität und auch Tempo. Finde ich, ist aber immer noch ganz interessant, weil je nachdem, was für ein Deck das ist, kann man eben mit der Flexibilität und dem Tempo nicht unbedingt das Control-Potenzial beschreiben. Aber auch hier das Deck eben passend zur Flexibilität, ein ganz schlechtes Control-Potenzial bei uns. Wir sind definitiv nicht das reaktive Deck, sondern ein aktives Deck. Wir legen als erstes immer alles möglich auf das Feld drauf, schauen dann, ob unser Gegner mit uns interagieren kann. Also unser Deck kein Control-Deck und auch kein Control-Potenzial. Aber dennoch fand ich den Punkt hier auf jeden Fall noch ganz cool. Da kann man immer noch sehr nice Infos, finde ich, bei der Deckbewertung mit reinbringen. Und ja, so sieht das jetzt insgesamt aus. Finde ich eigentlich ganz cool, ebenso diese Gesamt-Deck-Bewertung für die Budget-Decks. Bin da super gespannt, was ihr sagt. Also für euch heute würde mich mega freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lässt, Feedback gebt. Wie findet ihr das hier so mit der Deckbewertung? Ist das besser? Andere Punkte? Mal schauen, was die Community sagt. Und das war es dann an der Stelle auch wieder von mir mit dem Start in die Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, über einen Daumen hoch würde ich mich mega freuen. Hier im Outro, wenn ihr Bock habt, könnt ihr dem Kanal ein Abo dalassen. Dann bleibt ihr immer auf dem aktuellsten Stand mit den Videos. Und an der Stelle kann ich euch nur noch einen wunderschönen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Bis dann.